Ihr wollt wirklich, dass ich... Was glaubst du wohl, wofür ich dich bezahle? Zum Spaß? Starrfrucht von Zott. Der Fruchtjoghurt mit den extra großen Fruchtstücken. Hollywood auf Video. Sehen Sie das endgültige Abenteuer von Marty McFly und Doc Brown jetzt in ihrer Videothek. Das Ende einer Zeitreise, das Sie nicht verpassen dürfen. Zurück in die Zukunft, Teil 3. Ihre letzte Reise ist Ihre beste. Video bringt Kinohits zuerst auf den Bildschirm. Warum backen? Also, wenn einen so die Lust auf Nudeln packt, dann greift man zu Birke frisch einnudeln. Nicht nur, weil Birke seit jeher gute Nudeln macht, sondern weil dies die Nudeln sind, wie man sie heute haben will. Mit täglich frisch aufgeschlagenen Eiern und 100% Hartweizen. Nudeln, die einfach jeder mag, wohin man auch sieht. Birke frisch einnudeln. Aus Liebe zu Nudeln. Ich knicke mein Palmin und drücke mein Palmin. Das brät mein Fleisch ganz kross und fein und schließt den Satz schnell ein. So muss ich nicht viel tun. Denn Bratensteak und Huhn wird saftig zart mit einem Knick. Palmin, das ist mein Trick. Palmin, der ganze Trick beim Braten. Oh, wie verführerisch. In Schokokrasis. Mandelfein. Kästlich. Leif. Einig haltig. Wie viel verschwetzen. Und dabei knupfen. Und widerstehlich. Jetzt auch im Weiß. Wie viel verschwetzen. Wie viel das hier ist.